willkommen im asteroiden gürtel wir sind wieder bei x3 terren konflikt ich habe jetzt mal den etwas ereignislosen flug vom saturn zum asteroiden gürtel übersprungen wir sind jetzt gleich hier und melden und sobald wir entkommen reichweite sind bei generalmajor ich jama wiese general war ja auch egal zumindest unser nächster anspruchsansprechpartner für die nächste mission docker an orbitale verteidigungsstation aber wir sollen gleich andocken na gut dann würde ich sagen docken wir an so na komm schon bewegt ich noch 13 kilometer sie sprechen mit dem automatisiert positiv bitte drücken sie an sobald sie grüne positionslichter sehen ja das machen wir doch gerne was verstehst du da er hat ein andock ring ok also diesmal dürfen wir nicht in die station rein diesmal müssen wir draußen dran kleben nach da drüben auch noch stopp genau so andock vorgang erfolgreich wir entbieten einem freund der terraner verbindung zum örtlichen handelsnetzwerk hergestellt guten tag pilot ich bin mayor general rei ishiyama der agi task force oder auch wie sie wahrscheinlich schon wissen ist die etf beauftragt mit der verteidigung des sonnensystems vor illegalen artificial general intelligences oder kurz den agi diese dinger sind echt übel ein beispiel für diese monster sind die alten terraformer und sie sollten ja wissen was für unsagbares leid diese maschinen über uns gebracht haben und es scheint dass diese ungetüme wieder auf dem vormarsch sind dieser eine angriff auf das sonnensystem war sicher nur der erste seiner art und es werden sicher noch viele folgen was uns allerdings am meisten sorgen bereitet ist die tatsache dass bisher unbekannte gruppierungen außerhalb des sonnensystems mit den maschinenwesen zusammenzuarbeiten scheinen wir haben die pflicht herauszufinden wer dafür verantwortlich ist von wo aus das geschieht und warum die von ihnen aufgefangenen informationen haben uns schon einige wertvolle hinweise gegeben aber wir arbeiten noch dran das schiff das sie gesehen haben war aller voraussicht nach agonischer bauart das war wirklich gute arbeit pilot ihnen wurde zugang zum mars gewährt wie ihnen bekannt sein dürfte bietet der mars ein breites angebot an schiffserweiterungen also schauen sie sich ruhig um wenn sie weitere herausfordernde aufgaben übernehmen wollen dann halten wir es für angebracht ihnen einen m5 aufklärer zu übergeben sie finden ihn auf der schiffswerft im mars orbit sobald sie an der schiffswerft landen wird ihnen die kontrolle übertragen haben sie alle ihre geschäfte in mars erledigt und meinen bereit für weitere aufträge zu sein dann melden sie sich bei mir ja dann tun wir das doch ein m5 aufklärer das sind jetzt die ganz kleinen dinger schnell aber keine schilder transorbitaler beschleuniger mars wir dürfen zu mars wir dürfen zu mars jetzt dürfen wir da nämlich rein fliegen ohne dass gleich der ganze sektor rot wird und ja und wir kriegen kleinen m5 der korte die wir gleich wieder verkaufen weil er ist noch schlechter als der die wir jetzt haben aber er bringt uns gut geld die task force unterhält eine beträchtliche anzahl dieser schweren schlachtschiffe welche der erdenflotte exzellente verteidigungs- und angriffsoptionen zur verfügung stellen so mars der rote planet die kleinen handelspiloten erreiche system erreiche system mars ja aber feuerlich gesehen soo wir stocken dort an um ein schiff abzugreifen um ein schiff abzugreifen die können wir in die agon verkaufen die zahlen vielleicht gut dafür wie weit ist denn diese station da hinten weg lohnt sich der umweg ach machen wir nachher wir docken erstmal an und holen uns unser schiff sie sprechen mit dem auch positiv bitte doch sie an sobald sie grüne positions lichter sehen ja mal gucken wo es die grüne positions lichter gibt muss ich jetzt von oben oder rein fliegen oder von unten ach da und 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 5 megajoules schilde tragen also es kann auch aufgerüstet werden es ist absoluter limit hatten ein einziges schild hat keine waffen hat nichts hatte ich mal waffen an bord ja laser keine raketen keine kommandos was mache ich mit dir navigation halt docker an kätzt das untergang mikro lüree erlaubnis erteilt kommando akzeptiert agon schiffswerft okay was können wir denn hier handeln hier hier kann man schon verkaufen das meiste ist doch rot ich meine okay wir haben keine 68 millionen um die tokyo die träger der tokyo klasse eine machtdemonstration des usc ja wir können uns nicht mal eines gebad leisten die scabbat wird hauptsächlich dazu verwendet personal zwischen usc einrichtungen und schiffen wie im deshalb ist ein leistungsfähiger mittlerer jäger der für das abfangen feindlicher schiffe optimiert wurde so ein zabe den können wir gebrauchen kostet 300.000 wir haben 30.000 gut thema erledigt tschüss da unten fliegt unser rap hier aber der wird noch eine weile brauchen das heißt wir begeben uns jetzt zum asteroiden württel und überlassen den rap hier erst mal seine aufgabe nach omikron die raid zu fliegen wie weit ist es jetzt macht es hier hinten ich fliege nicht zu dem solar ja wobei wenn wir später ein händler hierher schicken brauchen wir das solarkraftwerk das heißt ich fliege jetzt zu dem solarkraftwerk einfach nur um es zu entdecken also dass auf der karte verzeichnet ist damit dann auch damit ich schiffen den befehl geben kann dahin zu fliegen wo waren das ding naja da sind sowieso noch mehr stationen ab ab marsch ach da unten ist es gut weil fliegen wir jetzt so lange bis wir das ding auf dem radar haben raketenfabrik geist diese raketenfabrik stellt raketen des typs geist her starbust schockwellenkanonenschmiede diese waffenschmiede stellt die starbust schockwellenkanone her leg mal da kostet also eine kanone schon 600.000 so und jetzt kommt das energiekraftwerk sie sprechen mit dem automatik positiv bitte drücken sie an sobald sie grüne positionslichter sehen das machen oder gerne mal gucken wie man hier andockt ach von der rückseite sieht ihr da die positions lichter stopp und jetzt nach oben und steckt nach vorne andocken erfolgreich andockvorgang erfolgreich wir entbieten einem freund der terana ein freundliches willkommen verbindung zum örtlichen handelsnetzwerk hergestellt energiezellen gekauft so für zwölf credits haben wir jetzt energiezellen gekauft und tschüss dass wir unser handelsnetzwerk ein bisschen steigt transorbitaler beschleuniger asteroiden gürtel also so fast 100 kilometer wieder zurückfliegen zum asteroiden gürtel so in der zeit können wir mal gucken missionen rede mit ja reishiyama mit dem haben wir gerade schon geredet und jetzt kann man auch sehen mars da quatscht mein besitz ich habe jetzt zwei schiffe ja satellite was ich selber fliege und ein rapier befindet sich in asteroiden gürtel mit ziel omikron lyre so das ist hier jetzt sehe ich den asteroiden gürtel sein radar und wie er sich auf den weg nach tralala macht klingt doch gut klingt doch gut und später kommen dann noch weitere schiffe dazu kampfdrohnen die kampfdrohne der usc wurde nach einem kleinen dolch mit geflammter klinge brauchen wir nicht usc orbitale verteiler basis diese station ist die zentrale nachschub einrichtung für die abgelegenen sektoren der terraner auf planeten angebauten bioprodukte werden wie auch die fertigen waren hierher geliefert und dann weiter verteilt der würde uns das energiezelt für 16 abkaufen so aber 60 ist uns zu wenig weil der preis der kann schwanken zwischen 12 und 19 er reiche system asteroiden gürtel orbitale verteidigungsstation so jetzt müssen wir an kommreichweite kommen bergbaustation diese station wird zum abbau wertvoller ressourcen von asteroiden genutzt orbitale verteidigungsstation so ja die reichweite die ist bloß ein paar kilometer also wir sind jetzt noch 46 kilometer weg 43 da ist nicht viel mit kommreichweite muss man selber gucken ob wir 30 kilometer waren ne da 25 kilometer kommen reichweite sie sprechen mit dem automatisierten kommunikation hallo pilot guten tag pilot wie ihnen sicher schon aufgefallen sein dürfte sind die regierungen der gemeinschaft über unser auftauchen in ihren territorien alles andere als erfolgt das wird uns jedoch nicht davon abhalten sie eingehend zu beobachten ob nun mit oder ohne ihre unterstützung das wird eine gemeinsame operation der etf und usc und sie sind von jetzt an ein fester bestandteil davon sie werden die gemeinschaft der planeten in ketzers untergang betreten dort werden sie sich mit dem etf kommandant mark jackson treffen der ihnen weitere details für ihre aufgaben geben wird viel glück und wir zählen auf sie wir kehren zurück in die gemeinschaft der planeten in ketzers untergang flammenschwert rakete entfernt so dann können wir gleich mal nochmal nach unserem schiff gucken der ist jetzt bereits im zentrum der arbeit da und fliegt jetzt hier straight durch bis omikron lüri erreicher system ketzers untergang johu orbitale verteidigungsstation sie sprechen mit dem automatisierten kommt wie kann ich ihnen helfen ja wie kann ich ihnen helfen so nennen wir diesen scheußlichen platz hier hinter dem tor sie jedoch nennen ihn gemeinschaft wie war ihre reise in diesem bereich des alls werden sie alle befehle von mir erhalten auch wenn ich ein etf emblem auf meinem ärmel trage sie werden aber in ein paar tagen einen ihrer jungs captain pearl treffen wenn alles glatt läuft gut die terraformer in der gemeinschaft bekannt als die xenon haben in den letzten tagen ihre aktivitäten enorm verstärkt es klingt zwar weit hergeholt aber wir glauben dass die xenon aufgestachelt gezwungen oder auf irgendeine andere art und weise von unseren sauberen und sogenannten freunden den argonen manipuliert werden wie auch immer die gegenwärtigen angriffswellen der xenon werden häufig von einer reihe anderer schiffe begleitet wir wollen dass sie sich so einen überfall genauer anschauen und anstatt in das kampfgeschehen einzugreifen abwarten und dann den nicht xenon schiffen unauffällig zu ihrer operationsbasis folgen das wird ein wesentlicher teil der aufklärungsarbeit sein die wir im moment zu leisten haben alles klar gut und sie würden gut daran tun sich gleich von anfang an richtig ins zeug zu legen also dann auf geht's pilot es klingt zwar weit hergeholt aber wir glauben dass die xenon auf ja hast du mir schon mal erzählt oder auf irgendeine andere art und weise von unseren sauberen und sogenannten freunden den argonen manipuliert werden wie auch immer begeben sie sich so schnell wie möglich in diesen sektor und unterlassen sie jedweder angriffe auf die feinde folgen sie einfach nur den nicht xenon zu ihrer basis und scannen sie diese sofern möglich jackson ende pt ny hauptquartier das haben wir doch noch gar nicht auf unserer liste genau hier grüne schuppe jetzt ist natürlich ein problem eins zwei drei vier fünf sektoren die kriegen wir gar nicht so schnell bis dahin ist der angriff gelaufen das heißt unsere aufgabe wird es jetzt sein hier rüber zu fliegen und den nächsten angriff abzuwarten weil hier kommen wir zu spät den sektor kennen wir ja noch nicht mal ich würde sagen deshalb wir fliegen wir fliegen jetzt mal zur grüne schuppe und warten dann einen der nächsten aufträge ab also angriffe ab in der hoffnung dass sie rechtzeitig in der nähe sind und bis dahin sage ich tschüss macht's gut bis zum nächsten mal und see you later bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal